Ja, Schatz, ich hatte Sex mit meiner Ex, weil ich hatte eine Panikattacke. Es tut mir so leid. Ich wollte das gar nicht, aber es passiert. Ich hatte eine Panikattacke. Hallo, ihr Süßen. Ich habe gerade eine Panikattacke. Ich glaube, ich muss mit euch kuscheln. Oh, hallo, Sweetheart. Oh mein Gott, hier war Auto eben. Oh mein Gott, hier war Auto eben. Mach dich weg. Krieg dein Rad ab hier. Hast du nicht getan. Ja. Was, ich sehe dich nicht, Mäuse? Boah, geht die mir auf den Sack. Entschuldigung für das Husten. Leg dich hin, Mäuschen. Ich habe eine Panikattacke. Ich muss nicht irgendwo aufhängen. Kann nicht anders. Es ist nicht so, wie es aussieht. Cool, du kannst rückwärts laufen. Guck mal, ich auch. Guck mal, so gefasst hast du. Wir müssen tunneln. Ja, kommt her. Ey, weg mit der Palette hier. Boah, ich muss vom Knotet ablassen. Ey, geht nicht mehr. Alter, ist dieses Junge. Oh, da ist ein Hacken. Oh, den hätte ich beinahe nicht gesehen. Nein, zum Glück habe ich das rote Ding da gesehen. Die rote, äh, das Fundament, die Säule. Lass die hästige Fatzke da liegen. Wie soll man sich überhaupt noch mit dem X treffen? Ja, das, wie gesagt, das ist... Ey, der Tocke ist echt langsam. Sie macht der Tocke. Ja, also, wie gesagt, mit dem X sollte man eigentlich gar nicht mehr machen. Wie gesagt, Chat, wirklich. Oh nein, ich bin Mr. Clicker, ich bin so krass unterwegs, Digga. Hast du gesehen, wie ich meinen Finger da so... Checker, Flo, tut mir leid, allein wegen deinem hässlichen Namen. Ey, tut mir leid, Alter. Also, kreativ warst du noch nie wahrscheinlich. Tut mir leid, schneller lässt das Spiel nicht zu. Oh, no. Oh, no. Oh, no, aber... Ich wollte doch... Nee, wer hinkt da? Ach, keine Ahnung. Ja, aber ich wollte sie doch retten. Jesus, Checker, Flo. Ja, jetzt sieht man. Tja. Ich würde sagen, Game Over. Wo wollt ihr hin? So, ich müsste sie eigentlich davon abhalten können. Der tat, egal. Nichts trotzdem, Mäuschen. Und du gleich mit. Ja. Hä, der hat doch gerade gedertatet, oder nicht? Ach, keine Ahnung. Der hat so eine komische Bewegung gemacht. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Irgendwas ein bisschen komisch gewesen. Fand ich zumindest. Ich hätte schwirren können. Ne. Da ist er. Du wirst sterben, mein Freund. Ich werde dir stumpf hinterherlaufen. Nein, doch nicht. Wer ist da noch einer? Cluedet. Oh. Ist ja gar nicht hier. Das ist ja blöd. Okay. So, das Problem ist. Ah, da ist eine Cluedet. Da war ein Deadhub. Da war ein Deadhub. Da war ein Deadhub. Oh, da versuche ich dir heftig den Arsch, oder? Ja, ja, komm. Kommt sofort. Dass ich mir doch da gewinne, ey. Ach, neulich. Warst du echt da hinten an einem Jen? Bitte, 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 bitte. War das Cruedet, ja, ne? Ja. Das kann nicht sein. Oh, du. Oh, ist denn jetzt nehmen wir die andere Richtung, weil er ist besser für mich, weißt du? Deadhub. 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 Chat, ich hab draufgeschlagen. Habt ihr das gesehen? Das war, das war dieser Auto-Aim. Das war dieser Auto-Aim. Weil Behavior ja der Meinung ist, dass sie klug sind. Und ja, wir verpassen das Spiel mal so einen komischen fucking Auto-Aim, aber... Meine Fresse, ey. Sie hat diesen Deadhub benutzt. Und ich hab gewartet, dass er ausläuft. Und ich schlag. Und mach diesen hier. Der Keller hat auch diese an sich gemacht, sodass er fokussiert hat, aber jetzt nicht zugelassen, dass ich töte. Das Game, dieses Game. Äh, keine Ahnung. Manchmal, ey, da kann man nur mit Kopfschütteln. Komisches Spiel. Oh, komm mal ins Gesicht. Der Killer hört sich einfach an wie eine Hexe. Ich find's dann lachen recht angenehm. Oh, ist das ein Schreit. Als Killer ist es, ey. Kannst du dir nicht geben. Und wir haben gewonnen. Wie so weit warst, sind alle tot. Denn ich hatte eine Panikattacke. Was passiert, wenn ich eine Panikattacke habe? Siehste? berlin, glaube ich. ich hem. Ich bin mitchaffet. Untertitelung des ZDF, 2020